Hallo? Hört ihr mich? Könnt ihr mich klar und deutlich verstehen? Wie bitte? Das schallt! Ja, ich glaube das schallt. Hm, hallo Freunde! Ja, seid gegrüßt. Ich wünsche euch erstmal alles erdenklich Gute für das Jahr 2024. Das erste Video, was ich jetzt in 2024 produziere. Und eigentlich wollte ich ja jetzt jede Menge E-Bikes mal wieder testen. Hat sich etwas angestaut bei mir. Da ich ja letzten Monat bisschen erkältet war und krank und viele Dinge dazwischen kamen, ist das halt so. Ja, und das wollte ich hier in dieser Halle machen. Allerdings mit diesem Ton, nee, das wird nix. Das kann ja keiner mit anhören. Und so hat mich auch eine Firma erhört. Beziehungsweise das Universum hat mich wahrscheinlich zu dieser Firma geleitet. Holyland! Oder Holyland, wenn man es Englisch spricht. Ja, diese Firma vertreibt externe Mikrofone. Und zwar hochwertige Gute zu einem richtig fairen Preis. Ich hatte mir ja schon mal ein Set gekauft, aber das war mir irgendwie zu kompliziert. Hab das nie so richtig verwendet. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich momentan meine Tonaufnahmen mache. Das ist meine Hauptkamera. Eine Sony RX107 nennt sie sich, glaube ich. Und da habe ich mir noch so ein Gehäuse gekauft. Also das hier, was ihr hier so seht, ist da nicht dabei gewesen. Und dann konnte ich jetzt hier das Teil dran schrauben. Und letztlich habe ich hier ein Kabel-Mikrofon von Rode, glaube ich, hier so dran gesteckt. Weil das Kabel auch so lang ist, habe ich das hier zusammen gewurstelt. Und damit mache ich die meisten meiner Aufnahmen. Falls jemand auch ein externes Mikrofon sucht und anders als ich mit einem Smartphone filmt. Es gibt zwei Ausführungen zu diesem Set, was ich jetzt hier bekommen habe. Nämlich diese Smartphone-Variante. Kostet, glaube ich, 129 Euro so in der Dreh. Guckt mal unten auf den Link in der Videobeschreibung, dann findet ihr das. Und die Kamera-Variante 137 Euro. Was bekommt man? Und zwar einerseits zwei Sender hier und einen Empfänger. Ja, man kann hier mit einem Interviewpartner, kann man quasi zweimal senden. Und das Coole ist, hier ist eine Ladebuchse dabei. Ein Aufbewahrungsbehälter, der gleichzeitig als Ladestation dient. Und damit kann man diese Sachen zweimal aufladen. Also insgesamt dreimal kann man hier komplett 8 Stunden Sendezeit abrufen. Sprich, über 20 Stunden theoretisch mit einer Ladung kann man hier das Ganze betreiben. Hier ist dann so ein USB-C-Eingang. Damit lässt sich diese Ladestation innerhalb von 1,5 Stunden wieder aufladen. Mit einem ganz normalen Netzteil. Ich persönlich finde das jetzt schon mal sehr cool. Und was ich auch sehr cool finde ist, weil ich stelle mich ja immer ein bisschen blöd an und vergesse irgendwas einzuschalten und so, das passiert ja automatisch. Wenn ich das Ding rausnehme, also ich kann ja aussuchen, ob ich mit zwei Sender oder nur mit einem, ich nehme das raus, sofort schaltet sich das an, automatisch. Und verbindet sich miteinander. Ja, habe ich es noch nicht getestet, werden wir jetzt alles ausprobieren. Die Reichweite wird angegeben mit mindestens 40 Meter. Das ist ordentlich, also soweit stehe ich nie von meiner Kamera weg. Und in freier Sicht 200 Meter. Wir werden das nachher auch mal testen, wir gehen dann raus. Als erstes werde ich jetzt einfach mal das Ganze mit meiner Kamera verbinden und euch dann zeigen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier ein Mikrofon und den Sender rausgenommen und man sieht, hier hat sich sofort diese eine LED, die auch geblinkt hat, in blau nicht blinken gewechselt. Hier auch. Ich kann das ja mal mit dem vorführen, wenn ich den rausnehme, zack, blinkt, leuchtet und somit sieht man, es hat sich jetzt automatisch verbunden. Wenn ich das wieder reinstecke, wird das Ganze automatisch getrennt. Ihr seht, die LED fängt wieder an zu blinken und hier blinkt auch die LED als Zeichen, es wird geladen. Wenn man an der Kamera diese Standard, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schuhe hat, kann man den Sender direkt hier, hinten ist so ein Schnapper, den kann man auch irgendwo hinklemmen, aber man kann ihn ja auch hier direkt reinklemmen. Das ist halt so gemacht worden, dass es halt bei diesen Standardanschlüssen passt. Ja, das war es schon. Jetzt muss ich bloß noch das Kabel verbinden mit dem Mikrofoneingang und dann sollte das schon funktionieren. So sieht das aus. Das ist hier so ein cooles Kabel, was man flexibel erweitern kann. Sieht deutlich besser aus als meine erste Variante. Und ich muss jetzt einfach mal testen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Das Mikrofon habe ich hier. Schaut, einfach hier so dran geklemmt. Da ist auch hinten so ein Schnapper. Und damit kann man das egal wohin klemmen. Und da ich ja jetzt rausgehen möchte, werde ich noch den Puschel drauf machen, weil draußen ist es ein bisschen windig. Und das ist nämlich auch wichtig, dass man so einen Puschel dabei hat. Ich hatte hier noch ein zweites Kabel dabei. Das hat hier vorne so drei Pins. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich jetzt richtig verwendet habe. Und hier sind die Puschel. Ich habe zwei Puschel dabei. Das lässt sich einfach oben draufstecken. Da ist hier so ein Gummi. Und dadurch ist das dann ordentlich fixiert. Ja, und diese Tasche ist, glaube ich, optional. Aber die würde ich gleich mal empfehlen, dass man sich die mitkauft. Ist auch sehr, sehr wertig gebaut. Ist gleichzeitig eine Schutzhülle und dient als Transporttasche. Bevor ich jetzt rausgehe und das Ganze mal mit Distanz teste, werte ich die Tonqualität mal eben kontrollieren. Nicht, dass ich die ganzen Aufzeichnungen umsonst mache. So sieht das mit dem Puschel aus. Alles sehr hochwertig. Ja, und ich habe den Ton schon kontrolliert. Und ich bin echt positiv überrascht, wie klar das klingt. Ich habe es jetzt auch ein bisschen weiter runter dran gemacht. Also weiter runter gemacht. Weil ich habe sogar meinen Atem gehört, wenn ich da so... Ja, selbst das hört man. Dieses Mikrofon ist ein sogenanntes omnidirektionelles Mikrofon. Das heißt, es nimmt ringsherum gleichmäßig auf. Es gibt ja direktionell, den müssen wir halt ausrichten. In die Richtung, wo man spricht. Und das kann man auch eventuell schräg dran machen oder so. Und es nimmt trotzdem alles auf. Genau. Man hat halt auch die Umgebungsgeräusche theoretisch etwas mit drin. Was ich persönlich sehr gut finde, wenn man jetzt irgendwo in einem Raum sitzt und außen die Geräusche nicht haben will, dann braucht man halt eher ein direktionelles Mikrofon. Aber ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass man das so ziemlich nah an sich dran hat, wird hauptsächlich der Ton aufgenommen, den man halt hier direkt in der Nähe hat. Wir testen jetzt mal die Reichweite. Zwar jetzt keine 200 Meter, aber ich gehe jetzt einfach mal dahinter zu meinen Wohnwagen. Und ja, ihr seid jetzt gefragt. Schreibt doch bitte die Kommentare, weil das brauche ich als Bestätigung. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so gut. Und ihr sagt mir einfach, was ihr denkt über die Tonqualität. Damit ich weiß, ob ich diese Mikrofone in Zukunft auch wirklich verwenden werde. So, ich laufe mal los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Die sieben habe ich verschluckt. Da musste ich gerade schlucken. Also 15 Meter Abstand. Also so weit würde ich schon gar nicht filmen. Ja, oder höchstens. Aber wenn, dann würde ich da nicht mehr reden, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Genau, so. Ich kann ja trotzdem nochmal dahinter gehen. Dann sind wir ungefähr bei 35 Meter, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt jetzt noch sehen könnt. Ja, ich sehe euch gerade nicht. Ach, da hinten. Hier bin ich. Hallo. So, das zum Entfernungstest. Ja, wenn das jetzt hier in dieser Reichweite problemlos funktioniert, bin ich schon echt begeistert. Ich hätte schon viel eher so ein Ansteck-Mikrofon nehmen sollen, weil das erleichtert das wirklich ungemein. Die vorhergehende Variante, das war auch ganz praktisch, aber das ist halt noch ein Tick besser. Gerade wenn ich mal ein Interview führe mit jemandem, hatte ich immer das Problem, ich musste halt immer die Tonspur dann später manuell etwas höher nehmen, weil wenn derjenige etwas leiser geredet oder weiter weg steht, dann war das halt zu doof. Dann war das nicht gleichmäßig. Und mit diesem Mikrofon-Set geht das dann natürlich besser. Und ich habe mir überlegt, wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich ja zwei Mikrofone und somit kann ich zweimal acht Stunden schon mal nutzen, was die Mikrofone angeht. Klar, den Empfänger muss ich dann halt mal nachladen zwischendurch, aber somit kann ich mit einer Akkuladung locker drei Tage unterwegs sein und noch länger und kann halt ganz viel reden. Geil, oder? Ich bin wirklich echt gespannt, was ihr zu diesem Mikrofon sagt, zumal das Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht wirklich gut ist. Wenn ich da überlege, was ich für mein rote Lavelier-Mikrofon bezahlt habe, das klingt auch nicht anders. Ja, ich fand die Tonqualität vorhin beim Kontrollieren ziemlich gut, also richtig gut, zu gut schon fast. Also man hat halt auch das Atmen gehört und so, aber das kann man wahrscheinlich beeinflussen, indem man das Mikrofon etwas weiter weg befestigt und nicht direkt hier drunter. Ja, also, freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie ihr darüber denkt. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg. Vielen Dank.